Herzlich Willkommen liebe Freunde des schwarzen Humors. Heute zeige ich euch eine Spielreihe, die nennt sich Black Stories. Gibt es mittlerweile in sehr vielen verschiedenen Ausführungen, auch White Stories, Blue Stories. Ich zeige euch heute das Grundspiel, das erste was rauskam. Das ist für so viele Spieler, wie mitmachen wollen und dauert so lange, wie ihr Lust an diesem Spiel habt. Und ich zeige euch jetzt einfach gleich mal die Regeln, denn der Packungsinhalt ist nichts weiter wie große Karten, auf denen auf beiden Seiten etwas draufsteht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem schwarzhumorigen Spiel. In der Schachtel findet ihr also neben einer kleinen Anleitung einen Satz mit Karten. Es geht grundsätzlich darum, dass ein Spieler der Meister hier ist, der Gebieter, der weiß, was ist geschehen und alle anderen Spieler, die mitspielen, müssen raten, um auf das Szenario zu kommen, dem hier zugrunde liegt. Das bedeutet, die Spieler dürfen nur Fragen stellen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind und der Gebieter muss dann eben entscheiden, wie er seine Antworten noch ausschmückt, falls die Spieler total eine Sackgasse geraten oder total den falschen Annahmen hinterherlaufen. Da muss er eben entscheiden, ein bisschen mehr wie Ja oder Nein zu sagen und den Spielern auf die Sprünge zu helfen. Spielen tut man das eben so lange, wie man Lust hat. Nach jeder gelösten Frage, kann man den Gebieter wechseln? Es kann auch immer nur einer der Gebieter sein. Dieses Spiel eignet sich auch grandios, im Auto zum Beispiel, auf längeren Fahrten zu spielen mit den Kindern. Zumindest der Papa fährt, die Mama stellt die Fragen und Kinder Papa raten. Also wirklich ein super Zeitvertreib. Und ich spoilere jetzt nur eine einzige Karte mit der Lösung, ansonsten wäre das relativ unfair. Es sind einfach verschiedene Mordgeschichten. Es liegt immer diesen Black Stories ein Mordfall, ein Todesfall zugrunde und die Spieler müssen erraten, was passiert ist. Und hier heißt es einfach, obgleich alle gebannt den Mord beobachteten, geschah er völlig unbemerkt. Und hinten drauf ist die Lösung, die nur der Gebieter weiß. Der hält die Karte einfach schön vor sich. Die anderen Spieler dürfen jederzeit auch nochmal den Text vorne lesen. Und jetzt fragen sie einfach los, was könnte denn hier passiert sein? Und die Fragen, wie gesagt, können in alle Richtungen gehen. Am Anfang ist man erstmal ziemlich, hä? Aber mit der Zeit kommt man dann schon drauf und kann meistens diese Mordfälle auch lösen. Wie gesagt, diesen einen Spoiler ich jetzt. Wer es nicht hören will, macht jetzt am besten das Video mal aus. Ansonsten, ich zähle mal bis drei. Eins, zwei und drei. Okay, jetzt kommt der Spoiler. Eine Frau erstach ihren Mann genau in dem Moment, als auf der Leinwand des Autokinos ebenfalls ein Mord begangen wurde. Genial einfach. Obwohl alle gebannt den Mord beobachteten, und zwar den Mord auf der Leinwand, hat es keiner mitgekriegt. So in diesem Stil sind diese ganzen Rätsel aufgebaut. Man muss viel um die Ecke denken, viel quer denken, aber es ist wirklich ein super Spaß für zwischendurch. Auf Autofahrten oder wenn man nicht lange sich in Regeln einlesen möchte und einfach mal am Abend eine kurze Runde spielen, ist das das perfekte Spiel. Und wie gesagt, das gibt es mittlerweile in sehr, sehr vielen Editionen. Es gibt normalen Blackstories, es gibt die englische Version, es gibt die Mysteries, es gibt ein ganzes Brettspiel, da stelle ich euch ein anderes Mal noch vor. Dann gibt es noch, ich habe hier nochmal einen Plan, es gibt zum Beispiel die französische Edition, die Köln-Edition, die Movie-Edition, dann gibt es für kindertauglich auch noch eine Edition, es gibt eine weiße Edition, es gibt eine pinke Edition, eine blaue Edition für Männer, Frauen, alles Mögliche. Wirklich ein toller Spaß für die ganze Familie. Das war meine kurze Vorstellung des Spiels Blackstories. In jeder Packung von Blackstories sind immer 50 Rätsel enthalten und wenn euch diese Art von Spiel Spaß macht, greift bedenkenlos zu, es ist wirklich ein toller Zeitvertreib, gerade eben auf langen Reisen oder im Zug, wenn einem langweilig ist mit seinen Sitznachbarn, einfach mal eine Runde Blackstories spielen. Dann wünsche ich euch eine gruselige Zeit, viel Spaß beim Raten, wir sehen uns im nächsten Brettspielvideo wieder und bis dahin sage ich Servus, euer Michael.